Guten Morgen meine Queens & Kings, es ist so früh am Morgen und ich nehme euch heute mit auf die Premiere von dem Film Sing und den Edi werde ich natürlich auch mitnehmen. Jetzt geht's los. So, jetzt steigen wir unsere krasse Luxus-Kamera in. Yeah! What the fuck? Schön! Es ist so einfach zu geiler Tag. Es ist einfach nur geiler Tag. Wieso machst du sowas? Tschüss! Dreckige Lache, wenn du gefurzt hast und alle ersticken. Irgendwann später. Achso. Wir gehen jetzt ins Hotel rein und Edi hat seine coolen Jogginghose an. Zumindest habe ich einen coolen Begleiter. Du hast den Film hier. Let's go! Das ist Toppenbett. Es gibt sogar mehr als Toppenbett. Wahrscheinlich kostet das Essen irgendwie 20 Euro. Kontinentales Frühstück 30 Euro. The fuck! Sloppy, gell? Hier Orangensack für 5 Euro, na klar. Kleine Glas. Wir essen gerade 20 Euro Trauben. Stop! MTV Home in meinem Hotelzimmer. Shoo! Und wir sind im Badezimmer. Hier mein Bademantel. Wieso auch immer 2 da hängt. Prince? Hintergehst du mich? Oh, sorry, du beleidst mein Side-Shake. Bitch. Das ist so schlimm. Ich kann nicht schlafen. Schau mal, es ist zu spät. Und hier ist der Rainer. What's up? Jetzt haben wir gleich die Maske. Und hier warten schon die ganzen Leute drauf. Das ist die Jasmin, die macht das Make-up heute. Ich hab ein bisschen zugenommen, deswegen... Soll ich dir die Kette grad nicht ganz? Soll ich dir das zunehmen, schnell? Nee, geht. Danke Rainer. Bitte, bitte, bitte. Auf zum Glück. Danke fürs Make-up. Jetzt machen wir die TV-Interviews für den Film Think. So, jetzt ist das Interview fertig und das war so cool, gell, Leute? Yeah. Es war super, es war super. Super Stimmung hier. Hey, Servus. Alles klar. Ich hab gehört, du brauchst keine Maske, weil ich schon so schön bin. Ich hab gehört, ich brauch keine Maske, weil es keinen Unterschied mehr ausmacht. So, wir warten jetzt gleich, denn hier sind jetzt alle Leute, die synchron gesprochen haben. Da ist der Klaas und ich trau mich nicht hinzugeben. So, jetzt gehen wir langsam dahin zu dem Film. Jetzt weiß ich, dass die Stars, die zum Red Carpet fahren, denen gehört das Auto überhaupt gar nicht. Die fahren einfach mit irgendein Auto mit. Das gehört mir. Er ist mein Sugar Ready. Papa, wenn du das hörst, sorry, aber bessere Argumente hat der. Jetzt fahren wir gleich auf diesen roten Teppich zu, dann steigen wir aus. So wie Wannabe Stars, you know. Shea, Sarah, weck! I said it's the life ki. Paint Hunter, weativa! Hey, die geh'n! Hey! Hairgirliss! Das sind die Übrigens vom Bang For. Video. So, mein Gott, das ist Paint. HandThress. Wir gehen jetzt gerade rein. Hairgirls up! Oh, ah, das ist 3D? Genau. Zwei Stunden später. Also der Film war echt poppin, gell, Eddie? Ja, das war cool. Wir waren leider nicht in demselben Raum wie meine Mädels. Und deswegen, geh doch runter zu denen! Ihr seid so geil! Kommt gut nach Hause, tschu! So Leute, das war's jetzt von der Sing Premiere in Köln. Es war so ein geiler Film, so ein geiler Tag. Und wenn es euch gefeiert, dann liked, wenn ihr den Film auch seht. Dann kommentiert unten, wie ihr den Film gefunden habt. Ich sag jetzt erstmal Ciao und warte mal! Bleibt sauber!